Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hörer und Hörer, mein Name ist Michel Birnbach und Sie hören meinen Like-Enthusiast-Podcast. Ursprünglich habe ich am 30.06. an dieser Stelle Robin Dieselkamp und Martin Klutschig zu Gast. Wir sprachen über das damalige Projekt Atelier Brutal. Liebe Hörer und Hörer, die Welt dreht sich. Meinungen und Ideen kommen, aber gehen eben auch wieder. Neue Projekte lösen alte Ideen ab. Und so ging es auch dem Projekt Atelier Brutal. Martin und Robin haben mich gebeten, die ursprünglichen Episoden zu löschen. Die beiden gehen nun eigene, getrennte Wege und wollen die Geschichte und die Geschichten hinter sich lassen. Persönlich finde ich es schade, wenn Interessante, in diesem Fall sicher auch kontroverse Projekte wieder beendet werden. Aber, wie bereits gesagt, die Welt dreht sich. Ich verlinke in den Shono sowie im Blogbeitrag die Links zu Martin und Robin und wünsche den beiden auf diesem Weg viel Erfolg. Euer Michel Birnbacher, der Like-Enthusiast.